Stars und ihre Babyfunde. Manche haben da so ihre Sorgen. Andere Sorgen einfach nur für Neid und Bewunderung. Allen voran Herzogin Kate. Die zeigte sich erst kürzlich zum ersten Mal nach der Geburt des kleinen George auf dem roten Teppich. Dabei war kaum zu glauben, dass Kate am 22. Juli Mama geworden ist. Prank und schlank posierte die 31-Jährige in einem goldenen Kleid von Jenny Peckham. Andere Mütter haben da mehr zu kämpfen, wie Kim Kardashian. Ihre Tochter kam im Juni zur Welt. Kim engagierte Promi-Trainerin Tracy Anderson, um Pfunde zu verlieren. Aber Tracy verriet, das kann noch eine Weile dauern, denn Kim nimmt sich Zeit, um wieder in Form zu kommen. Jessica Simpson hatte den Kampf gegen die Kilos im letzten Jahr gerade gewonnen. Da meldete sich Baby Nummer 2 an. Ende Juni kam Sohn Ace zur Welt. Jetzt muss Jessica wieder ran. Sie gibt zu, dass sie neidisch ist auf Kate, die so schnell wieder abgenommen hat. Aber Simpson nimmt's trotzdem gelassen. Sie sagt, es ist okay zuzunehmen. Das verschwindet irgendwann auch wieder. und alles gelassen. Sie bitten, es ist gut, masterpiece. Will Sie zuerst sein administrator? Ich gebe es natürlich ab. Ich bin ancитель. Ich bin mind enhance. Ich bin die Nederlander.